Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserem Kanal. Heute geht es mal um das Thema Helium bzw. was momentan so los ist in der ganzen Helium-Welt da draußen. Ich sage es mal ganz einfach so, das Thema ist ehrlich gesagt momentan richtig schön zum Kotzen, auch was den Kurs angeht bzw. geht es heute mal explizit um den Kurs. Wie gesagt, heute war eigentlich kein Video geplant, aber wir haben gedacht, wir machen trotzdem mal eins, um halt eben mal zu schauen, was gerade los ist. Ja, den meisten ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, aber der Helium-Kurs, der ist ja momentan massiv am Absacken. Das ist jetzt quasi mal hier der 24-Stunden-Chart, da seht ihr, was hier passiert ist. Auf sieben Tage gesehen seht ihr, es geht bergab. Auf dem Monat gesehen seht ihr hier auch, es geht wirklich bergab. Und wir hatten wirklich mal gute Zahlen geschrieben, Ende Mitte Februar, da sah das richtig gut aus. Seht ihr auch hier, wir waren schon richtig gut auf Kurs gewesen. Nur wenn man sich jetzt mal das insgesamt anschaut, alles, seht ihr hier, wir waren mit dem Helium-Kurs schon mal bei 40, 42 Euro und auch ein bisschen mehr. Momentan mit den 1,20 Euro, was wir haben, bewegen wir uns wirklich auf einem ganz, ganz schlechten Niveau. Wenn wir mal vergleichen, wir gucken einfach mal 1,20 und machen wir mal 1,25. Das war halt eben am 10. Januar zum Beispiel oder 16. Januar 2021 hatten wir mal einen Kurs, ähnlich wie jetzt. Ja, ihr seht, dass sich das wirklich sehr, sehr gut entwickelt hatte, der Kurs. Und momentan geht es einfach nur noch bergab. Ja, jetzt kann man natürlich wieder spekulieren, wieso, weshalb, warum. Ich meine, viele von euch kennen wahrscheinlich die Gründe. Und ich glaube, aktuell braucht man bei Helium auch nicht unbedingt auf das Thema zu gehen. Bullenmarkt, Bärenmarkt. Ich meine, momentan ist alles, also es ist meistens ein bisschen bullisch, sage ich jetzt mal. Wenn ihr zum Beispiel mal seht, wie der Bitcoin sich in den letzten Tagen entwickelt hat, sieht das schon richtig gut aus, allgemein auf dem Kryptomarkt. Aber Helium halt eben, ja, Game Over möchte ich fast behaupten. Na gut, Game Over nicht ganz, aber naja. Ja, wieso, weshalb, warum. Ja, Punkt Nummer 1, Binance hat quasi den Support eingestellt. Ich sage es mal so, was Helium angeht. Also hier wird das Delisening gemacht. Das heißt, es wird halt eben das letzte Handelspärchen, was es für uns noch gibt, HNT zu BUSD, wird von Binance entfernt. Das Ganze wird bis 4, also am 24.03. stattfinden. Was ich halt eben noch relativ gut finde, Binance hat natürlich auch die Transition mit drin, was zum Beispiel Solana angeht. Das wird auch dementsprechend hier nochmal erwähnt, dass Binance den Helium-Vertragstrausch mit Solana-Netzwerk mit folgenden Zeitplan unterstützen wird. Das heißt, am 17.04. werden die Auszahlungen von HNT-Token ausgesetzt. Binance kümmert sich um technische Umsetzung. Hier ist schon mal der neue Smart Contract, was der Helium-Token dann auf der Solana-Blockchain ist. Ja, und das heißt, es können dann noch bis maximal 24.06. dementsprechend die HNT-Token woanders hingeschoben werden, wenn bereits schon auf die Solana-Blockchain migriert wurde. Ja, wie gesagt, es bleibt aber trotzdem das große Problem im Raum stehen. nicht das große Problem, sondern der Fakt, dass halt eben zum 24.03. offiziell der Helium-Support von Binance eingestellt wird. Das ist halt eben so, Binance hat überprüft, ob der Token für die Plattform Sinn macht. Ihr seht hier zum Beispiel nochmal ein paar Hard Facts, was einen Token oder einen Coin mitbringen muss, um bei Binance gelistet zu sein. Und Binance ist halt eben der Meinung, HNT unterstützt das Ganze nicht, beziehungsweise hat keinen Mehrwert für das System, für die Blockchains, für Binance etc. Deswegen auch diese Entscheidung, dass halt eben Helium bei Binance nicht mehr gehandelt werden kann. Ja, das war quasi so diese große Überschrift diese Woche, beziehungsweise schon letzte Woche. Das ist am 17. schon bekannt gegeben worden. Genau, und seitdem ist der Kurs wirklich nur noch am Absacken. Ja, und das ist natürlich, es ist wirklich, ich sag's mal wirklich so, frei raus. Es ist einfach nur zum Kotzen. Ich denke, die viele von euch oder die meisten von euch, die es das Video anschauen, kennen die Problematik. Wir haben alle mal wirklich viel Geld für die Helium-Hotspots bezahlt. Da sind noch ein paar Antennen dazugekommen, ein paar Kabel, das war auch nicht gerade günstig. Und es gab mal eine Zeit, wo sich das richtig gelohnt hat. Aber mittlerweile, es geht ja wirklich nur noch letztendlich bergab. Ja, und Binance ist natürlich nicht der Einzige, die jetzt so ein bisschen Öl ins Feuer reingegossen haben. Ähm, Bitwavo hat jetzt auch nachgezogen, zufälligerweise auch am 17. März veröffentlicht, dass die auch Helium dementsprechend rausnehmen werden aus dem Portfolio. Ja, das bedeutet, bei Bitwavo ist dann ab 17. März auch kein Handel mehr möglich. Alle Orders werden halt dementsprechend geschlossen. Also wer von euch zum Beispiel Bitwavo verwendet, ja, Helium, wird dann auch da nicht mehr funktionieren. Also wie gesagt, was mich ein bisschen ärgert an der ganzen Geschichte, gerade in Bezug nehmen auf Binance. Das Binance, ja, sicherlich ist somit die größte Exchange, was Kryptos angibt auf der Welt. Absolut keine Frage, dass aber eine Exchange durch ein Delistening quasi so ein, ich sag mal, so ein Kurs auslösen kann, dass da wirklich so massiv der Kurs in den Keller geht. Das ist eigentlich unglaublich. Aber es ist in der Kryptowelt, ist es nun mal so. Das heißt, gute Nachrichten beleben das Geschäft, schlechte Nachrichten sind schlechtes Geschäft. Ja, und es ist halt eben echt, ich weiß auch nicht. Also wir waren immer, Helium-Befürworter sind es auch immer noch. Wenn man sich den Kurs anschaut und dann mal durchrechnet, Return on Invest und so weiter, da braucht man jetzt gar nicht mal nachzudenken. Da kommt man wahrscheinlich gar nicht hin. Ja, letztendlich ist es so, ihr seht es hier, wie es aussieht. Das heißt, beziehungsweise auf einen Tag aktuell der Kurs 1,27. Wir waren schon auf 1,17 Euro heute. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das letztendlich weiterentwickelt, was das Thema angeht. Nichtsdestotrotz, wer von euch noch Helium hat, Helium hält und so weiter. Es gibt ja mehrere Exchanges dafür. Ihr seht es ja zum Beispiel hier, Binance natürlich der größte Platzherrsch oder demnächst auch nicht mehr. Qcoin ist auch noch eine relativ große Plattform. Wir selber benutzen aber Gate.io oder Gate.io, weil wir dementsprechend auch noch andere Token dort halten. Deswegen traden wir unsere HNT über Gate.io. Kann ich nur empfehlen, aber ihr müsst halt eben selber wissen, was ihr letztendlich tut. Gut, ja, wie gesagt, meine, unsere Euro-Hoffnung ist wahrscheinlich auch, dass der Kurs irgendwann durch die Decke geht. Momentan sieht das danach leider nicht so aus. Ja, und wir hatten auch schon einige Anfragen jetzt in den Kommentaren. Lohnt es sich jetzt noch mit Helium-Mining bei 1,27 Euro oder so und mit einer schlechten Lokation? Man erreicht den Return und Invest nie. Naja, das wird natürlich relativ schwierig, von daher, naja. Ja, ich möchte das Video auch mal so als Auskotz-Runde für euch nutzen. Schreibt einfach mal eure Kommentare, beziehungsweise eure Meinung dazu in den Kommentaren. Was ihr davon haltet, glaubt ihr, dass der Kurs nochmal stabil wird, auf die Beine kommt? Wie glaubt ihr, sieht die Zukunft von Helium aus? Ja, das würde uns mal dementsprechend interessieren. Es gibt ja genug Konkurrenz. Ich sag nur mal, Crank haben ja auch ein paar Videos dazu schon gemacht. Ja, wenn Crank jetzt clever ist, nutzen sie die Infrastruktur, die hier schon da ist. Machen wir einen guten Deal für alle Hotspot-Besitzer. Ja, aber wie gesagt, ja, ein bisschen gucken, was letztendlich mit Helium passiert. Ja, wie gesagt, es sollte eine kleine Auskotz-Runde gewesen sein. Wir hoffen, dass der Kurs sich wieder nach oben bewegt, ja, Richtung Norden. Wir hoffen, dass für euch, wir hoffen, dass für uns, für alle, die hier im Netzwerk beteiligt sind. Nur aktuell ist es echt zum Kotzen, was den Kurs angeht. Na, von daher, muss auch mal gesagt werden. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und am Dienstag, Mittwoch, also morgen, übermorgen, gibt es neuen Content. Geht diesmal nicht um Helium, wir haben was anderes für euch am Start. Schaut es euch an. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch eine schöne Woche, schöne Restwoche, schöne Arbeitswoche. Bis bald, ciao.